Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 13. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Im heutigen Teil möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen, wie man einen Pulssensor in ESPHome realisieren kann. Ein Pulssensor ist zum Beispiel dann interessant, wenn man einen digitalen Strommesser hat, denn diese geben in der Regel mit einem Intervall an, wie viel Strom wir gerade aktuell verbrauchen. Das heißt, umso schneller dieses Intervall ist, umso höher ist unser aktueller Verbrauch. Und genau diese Umsetzung von dem Intervall in einen entsprechenden Wert, das übernimmt der Pulssensor. Das schauen wir uns jetzt natürlich Schritt für Schritt nochmal an, wie wir das Ganze im ESPHome umsetzen können und was dabei alles zu beachten ist. Bevor wir jetzt aber mit dem Video loslegen, vorab noch die übliche Bitte. Wenn euch meine Videos gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch und lasst gerne auch einen Kommentar mit Feedback da. Hilft mir wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr mich aktiv unterstützen möchtet, könnt ihr natürlich auch das tun und zwar mit der Mitgliedschaft. Diese findet ihr auch unten direkt neben dem Abo-Button. Da erkläre ich alles auch nochmal in einem kurzen Video. Vielen, vielen Dank für jede Art von eurem Support und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen, wechseln wir auch direkt ins ESP-Home und legen uns fürs heutige Video ein neues Gerät an. Dafür klicke ich hier unten auf Plus. Wir nennen das Ganze einfach mal Pulssensor. Wie immer temporäre WiFi-Daten und wir sagen Next. Dann wählen wir hier unser Board aus, und zwar wieder ein D1 Mini, nochmal Next. Und die Konfiguration ist erstellt. Hier ist also jetzt unser neuer Pulssensor. Wechseln wir direkt in den Editor, schmeißen wie immer die unnötigen Kommentare raus, ersetzen die WLAN-Zugangsdaten mit unseren Secrets und dann kann's auch schon losgehen. Da ich keinen digitalen Stromzähler habe, der mir jetzt hier einen passenden Puls liefern würde, habe ich mir überlegt, Wir machen das Ganze einfach mit einem Taster, also einem Binary-Sensor und ich simuliere darüber dann unser Pulssignal. Heißt, wir fangen einfach mal an mit Binary-Sensor-Plattform-GPIO. Den Taster schließe ich an D1 an und wir nennen das Ganze einfach Taster. Das speichere ich jetzt schon mal. So, und jetzt können wir auch direkt loslegen mit unserem eigentlichen Pulssensor. Schauen wir dafür zuerst in die Dokumentation von ESPHome, gehen also auf die Homepage und suchen jetzt hier oben in der Quick Search mal nach Puls-Counter. Da ist er auch direkt, wählen wir ihn also mal aus und schauen uns die Dokumentation etwas genauer an. Wie wir hier oben lesen können, liefert uns der Puls-Counter-Sensor die Anzahl an Pulsen einer Frequenz auf einem beliebigen Pin. Zum Beispiel der Standard wäre Puls pro Minute. Als Attribute haben wir einmal den Pflichtparameter Pin, denn er muss natürlich wissen, an welchem Pin er denn überhaupt die Pulse messen soll. Als zweiten Pflichtparameter haben wir den Namen, den wir noch angeben müssen. Und alle weiteren Parameter sind schon optional. Das heißt, wenn wir wirklich nur die Pulse pro Minute wissen wollen, dann reicht uns hier dieses Codebeispiel. Das heißt, das kopieren wir uns jetzt als erstes einmal, wechseln damit nach ESPHome, fügen es hier ein. Der Pin, an dem wir unseren Puls messen möchten, wäre bei uns D1 und das übertragen wir jetzt einfach mal auf unseren D1 Mini. Ich klicke also mal auf Install, sage Plug into this Computer, wähle den COM5-Aussage, verbinden und wir lassen das Programm jetzt erstmal installieren. Der Upload ist abgeschlossen, binden wir also nun unseren Sensor in Home Assistant ein. Da wir keine Benachrichtigung erhalten haben, müssen wir das Ganze manuell machen. Besorgen wir uns also als erstes die IP-Adresse aus den Logs und hier oben sehen wir auch schon IP-Adresse 192.168.5.160. Die kopieren wir uns, dann gehen wir auf Einstellung, Integration und fügen eine neue Integration hinzu. Hier suchen wir nach ESPHome, wählen das aus und bei Host fügen wir jetzt die IP-Adresse ein. Wir sagen Absenden und bekommen hier auch nochmal bestätigt, er hat den Pulssensor unter dieser IP-Adresse erkannt. Bestätigen wir das Ganze nochmal mit Fertig und somit ist unser Sensor integriert. Wenn wir jetzt auf den Sensor nochmal draufklicken, sehen wir auch hier, Pulssensor liefert uns ein Gerät und zwei Entitäten und zwar unseren Pulssensor und den Taster. Binden wir diese also jetzt in der Übersicht ein. Wir gehen also auf Übersicht, auf meinen Reiter Test, sagen hier oben Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen eine neue Karte hinzu. Ich nehme einfach wieder die Elementekarte, die Standard-Einträge schmeißen wir hier unten raus und als erstes suche ich jetzt mal den Taster, da ist er schon und als zweite Entität unseren Puls-Counter. Das speichern wir. So und wenn ich jetzt den Taster hier oben drücke, dann sollte sich gleich auch unser Puls-Counter aktualisieren. Die standardmäßige Aktualisierung beträgt eine Minute, insofern kann das jetzt einen kleinen Moment dauern und da sehen wir schon 40 Pulses pro Minute. Wenn ich jetzt anfange, den Taster schneller zu drücken, sollte sich beim nächsten Aktualisierungsintervall dieser Wert auch entsprechend erhöhen. So und jetzt sehen wir hier, habe ich 313 Pulse pro Minute geschafft. Das wäre also der simpelste Fall eines Pulssensors. In der Regel möchte man aber in den meisten Fällen wohl eher weniger die Pulse pro Minute, sondern eher zum Beispiel die Kilowatt pro Stunde wissen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt als nächstes an. Wechseln wir dazu nochmal in die Dokumentation und scrollen hier mal ein bisschen weiter runter und hier sehen wir Converting Units. Und zwar, wenn wir zum Beispiel diesen Sensor mit einer Fotodiode verwenden möchten, um die Pulse von unserem Strommesser auswerten zu können, dann können wir das mit dem hier unten gezeigten Beispiel. Und zwar können wir einmal wie gewohnt mit Unit of Measurement einfach unsere Einheit ändern und mit einem Filter können wir die Pulse pro Minute umrechnen in unseren Kilowattwert. Das ist natürlich abhängig davon, wie viele Pulse pro Kilowattstunde unser Strommesser liefert. Das lässt sich in der Regel ja dem Handbuch entnehmen. Kopieren wir dieses Beispiel jetzt einmal und schauen uns das Ganze dann noch einmal näher an. Wir wechseln also wieder nach ESPHome in unseren Pulssensor und fügen hier jetzt einmal das Beispiel ein. Plattform, Pin und Entnahme brauchen wir nicht. Das können wir von unserem alten Sensor schon übernehmen. Das heißt, neu sind jetzt Unit of Measurement und hier unten dieser Filter. Und diese drei Zeilen sorgen eben dafür, dass wir nicht mehr die Anzahl an Pulsen pro Minute erhalten, sondern eben einen umgerechneten Wert, der unseren aktuellen Kilowattverbrauch entsprechen sollte. Und zwar machen wir jetzt nichts anderes als die Pulse pro Minute, die wir bis eben noch erhalten haben, hier einmal umzurechnen. Und zwar multiplizieren wir das Ergebnis von unserem eigentlichen Sensor mit 0,06. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass 1000 Impulse einem Kilowatt entsprechen. Unser Wert entspricht Pulsen pro Minute. Und wenn wir jetzt die Kilowatt pro Stunde wissen wollen, dann müssen wir das Ganze eben durch 1000 und mal 60 rechnen, also mal 0,06. Und somit erhalten wir einen aktuellen Stromverbrauch in Kilowatt. Damit wir jetzt nicht so lange auf ein Update unseres Sensorwertes warten müssen, würde ich sagen, wir passen das jetzt auch noch an und zwar mit Update-Intervall. Hier sagen wir mal, alle fünf Sekunden möchten wir, dass unser Sensorwert aktualisiert wird. Ich speichere das Ganze und wir installieren es nochmal auf unseren D1 Mini. Der Upload ist abgeschlossen, also gehen wir wieder in unsere Übersicht, auf den Reiter Test und jetzt sehen wir ja auch schon, hat sich der Sensor aktualisiert und liefert uns jetzt hier nicht mehr Pulse pro Minute, sondern Kilowatt. Wenn ich jetzt also nochmal den Taster drücke, dann sehen wir hier, hat er sich jetzt auch schon nach wenigen Sekunden aktualisiert und umso schneller ich jetzt hier drücke, umso höher wird auch der Kilowatt-Wert. Wenn ich jetzt nur noch langsam drücke, sollte dieser auch unmittelbar wieder sinken. So, drücke ich jetzt den Taster nicht mehr, geht der Sensorwert auch wieder auf 0 Kilowatt zurück. Somit haben wir schon mal die Möglichkeit, unseren aktuellen Stromverbrauch zu messen. Wenn wir jetzt auch noch sehen möchten, wie viel Strom wir denn insgesamt verbraucht haben, dann können wir auch das mit dem Pulse-Counter-Sensor tun und das schauen wir uns natürlich abschließend auch noch eben an. Werfen wir dazu nochmal einen kurzen Blick in die Dokumentation und zwar in den Bereich Counting Total Pulses. Denn es gab ja noch das Attribut Total und das sorgt dafür, dass noch ein zweiter Sensor angelegt wird und zwar direkt basierend auf dem Haupt-Pulse-Counter-Sensor. Das heißt, wir müssen hier keinen neuen Pin angeben oder ähnliches, sondern das bezieht sich immer direkt auf den zuvor als Pulse-Counter definierten Sensor, bindet aber einen zweiten Sensor ein, der uns eben ein aufsummiertes Gesamtergebnis liefert. Dieses Codebeispiel kopieren wir uns jetzt hier auch noch, wechseln wieder nach ESPHOME und fügen am Ende das Codebeispiel auch noch ein. Als Name sage ich jetzt hier mal Gesamtverbrauch und wir hatten eben ja schon die Annahme getätigt, dass 1000 Impulse einer Kilowattstunde entsprechen und wenn wir jetzt hier den Gesamtverbrauch der Kilowattstunden zurückliefern möchten, dann müssen wir unser Ergebnis also durch 1000 teilen, denn der Total-Sensor liefert uns ja, wie eben schon gesagt, die Gesamtanzahl an Impulsen. 1000 Impulse entsprechen einer Kilowattstunde, also müssen wir durch 1000 dividieren, heißt multiplizieren müssen wir mit 0,001 und dafür sorgen wir hier mit dem Eintrag Filters multiply 0,001, das speichern wir jetzt einfach und sagen installieren, wirelessly und warten. Der Upload ist abgeschlossen, also wechseln wir wieder in die Übersicht auf den Reiter Test und jetzt gehen wir nochmal in den Bearbeiten Modus und fügen jetzt hier noch den dritten Sensor hinzu und zwar müsste dieser Gesamtverbrauch heißen, da ist er auch schon und wir sagen wieder speichern. Wenn ich jetzt wieder anfange, die Taste zu drücken, sehen wir auch direkt der Puls-Counter, der geht hoch und zeigt uns jetzt wieder unseren aktuellen Stromverbrauch in Kilowatt an. Wenn ich jetzt hier noch einen Moment weiter drücke, sollte sich gleich auch nach einer Minute in etwa der Gesamtverbrauch aktualisieren. So und wie wir sehen, jetzt haben wir einen Gesamtverbrauch von einer Kilowattstunde erreicht. Wenn ich jetzt aufhöre, den Taster zu drücken, dann sinkt der Wert des Puls-Counters irgendwann wieder auf 0, der Gesamtverbrauch bleibt aber auf einer Kilowattstunde stehen. Das heißt, unser Gesamtverbrauchssensor summiert wirklich über die gesamte Zeit konsequent die Werte einfach auf. Und somit können wir mit einem Eintrag im ESP Home sowohl den aktuellen Stromverbrauch in Kilowatt als auch den Gesamtverbrauch in Kilowattstunden ermitteln. Ja, soviel erstmal zum Puls-Sensor in ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch direkt bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns einmal den Integrationssensor in ESP Home an. Mit diesem ist es uns möglich, aus zum Beispiel einem Sensor, der uns Kilowattstunden liefert, zu ermitteln, wie viel Strom haben wir denn jetzt am Tag verbraucht. Heißt, der macht aus einer Angabe Kilowattstunden dann eine Gesamtsumme Kilowatt über den Tag, über den Monat, wie auch immer wir das gerne hätten. Das schauen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!